Einen drinnen da mehr. Nein, ist die Wunder. Seht ihr die anderen? Ich seh die anderen nicht. Martin Kartus in der Mitte. Kartus? Das geht noch. Ich glaub, das krieg ich grad noch hin. Aber ich hab sie so scheiße lange nicht mehr gespielt. Ich werd das erstmal die ganze Zeit verkacken. Ey, wir drei passen wohl zusammen. Einmal grün mit so einem verschleierten Hintergrund. Rot mit verschleierten Hintergrund. Blau mit verschleitend Hintergrund. Blau mit verschleitend Hintergrund. Wir haben ein Problem. Wir verlieren jetzt einen Lebenspunkt. Es sind alle drei Flippi Ninjas im Team. Oh nein. Was tun wir? Wir verlieren einen Lebenspunkt. Es sind alle drei Ninias drin. Wieso verliert man da einen Lebenspunkt? Soweit ich weiß, ist das so ein Witz. Es gibt Leona hat als als ihre versteckte Passive alle Gegner, die Brillen tragen, also Sonnenbrillen, die kriegen einen weniger Schaden. Wenn du also die ganzen Kommandotypen spielst, kriegen die alle einen weniger Schaden von ihr. Das ist so... Ist ja geil. Ja, es ist eigentlich total dämlich. Es gibt ja auch ähm... Ich hoffe, ich kreppier jetzt nicht zu sehr. Ich habe nämlich nur diese eine dämliche Ding da. Ich kreppier. Ich kreppier. Ich kreppier. Wir kommen in den drанigen. Wir müssen gerade einen Job Cred Legacyler auf der пять. Power Rangers nicht, Power Ninjas. Alter. hat auch cool ja wie cool es ist nicht ich nicht du bist alles andere als die die mein freund du bist eng haja ja 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 spielverdeber okay komm lass aufgeben wenn sie das hätten wäre das mal die geilste passive die ich je gesehen hätte drei fähigkeiten am anfang draufschmeißen fernberg er könnte drinnen mehr einstecken warum er war warum gehst du eigentlich bort mit felix und ich darf in die mitte wenn du in der mitte viel besser dran wärst weg ist mehr wenn wir die europäische ja ja schon klar du bist größer als ich als er das sind argument ich habe an zu dem fügelkopf die haben soll ich nicht oder was wo ist der Schädelkopf das ist der Schädelkopf okay ich bereue es jetzt sind es auch so in der Mitte gehen noch haben die erste Zeit hier hier soll dieser Koma oder zu dem Mann was das ist zwölfter mit oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bin tot ich bin tot ich fühle mich so richtig denn nicht gerade so viele wer hat da gerade diese in der Mocke ich nicht und in der Mocke das ist keine in der Mocke mann das ist die Mö ich es wird verbrachte das ist um das ist ein das ist eine Mö dort ein er ist Röwen Musik auch zweifelig müssen kennenlernen der hat mit der das nur gut geht dem Thema da jedenfalls bei dem ein und ein Adler getroffen scheiße mit der Gänken war es so die ist jetzt mit der Gänken ich bin level 2 und du bist gerade am verkacken und er erlebt Felix so du nie bin ich dann doch nicht mehr du nie wenn sie in den Köln ich bin aber du wirst du wirst er hat die Kälte ich werde ich nicht ein ja genau leg aber auch mal wieder Hilfe Felix ja ich bin Partner und eine Mitte ein bisschen ich bin ich fühle mich so dämlich gerade jetzt noch mal die in der Mucke aus Philipp er wird immer noch ja jetzt machen wir die in der Mucke aus die Bühne abwehren ich hab nichts gegen die nächste ich bin Felix Felix wenn du das damit meintest gerade ich bin ich will es in unseren Buschen Wort haben oder darf ich frei nach Belieben du setzt frei nach Belieben Freundchen deine Mitte nicht unsere ja was weiß ich manche haben ja gerne dass sie wissen wo sie ganken Philipp du kackt wohnen was soll ich denn gegen 2 machen hör doch auf so zu kassieren ich brauch echt Drohnen für sie mein Tank ist ja nicht da wie immer halt kenne ich auch die Kölnigen die St in Oso aus Antro und Brüder die Knochen sieben Muster Muster oder sein Noch hat er seine Drecks-OP-Ult nicht. Ja. Ruhig, hab gekrittet. Äh, Trinder mehr. Ich hab's denen gesagt. Ich hab's denen gesagt. Oh, die hauen ihn trotzdem weg. Guck. Wozu renne ich eigentlich hoch? An den Jungler. Was? Ja. Ja. Bin mir nicht aufgefallen. Wen überhaupt? Äh, Jax, natürlich. Das stimmt. Noch nur P. Diese schwule Sau. Nein. Nein. Auch ein scheiß Tower-Camper. Ich fühl mich so, ich, ich, ich fühl mich echt grad so nutzlos in der Mitte. Ich kann gar nichts machen. Joa. Wir fangen einfach Dinge auf die. Ja, nein, aber guck, der steht beim Turm, da kann ich gar nichts machen. Warum flasht der sich jetzt raus? Angst. Weil er Angst hat. Der greift an und flasht sie raus. Oh, super. Ja, Felix ist halt so. Guck dir Felix Maske an, die, wer schreckt, hier ist kein Kind. Ich bin nicht mehr da, ich brauch jetzt mal Schuhe. Oh, ich hau dieselbe alleine weg. Guck, guck, guck. Felix ist okay. Guck dir mal Trindermehr an. Oh, komm, den, 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 den. Oh Gott hab ich runtergehauen. Ja, aber guck mal, ich hab Trindermehr einmal angehauen, der hat, was weiß ich, wie viel verloren. Und warte auf mich. Ich will wenigstens Assists haben. Ey, jelp. Ah, nein. Hilf mir auf mich fahren. Jetzt macht er. Oh, jetzt haut er wieder ab, ey. Achtung, da war jemand, da war Jax. Da ist Jax. Mit seinem Level 4. Oh, nein. Er hat's dann gemacht. Oh, ne, toll. Ich heile mich durch meine Passive für so viel, wie der mir Schaden macht. Ist traurig. Na, Philipp, das wär ein Dings gewesen, dann wär der gestunt. Jo, eine hoch. Felix, ich bin die ganze Zeit im Turm, also falls du ganken möchtest. Ja, kann ich mehr machen. Nein, musst du nicht. Ich wollte es dir nur anbieten, falls es Interesse ist. Ich hab auch erschöpfen wieder. Ich lass den einfach so weit pushen und dann kannst du ganz hässlich von hinten kommen. Nein, ich hab nicht getroffen. Oh, es ist wieder was ein. Oh, 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 oh. Abhauen. Vielleicht solltest du doch lieber erst mal auf der Rechte bleiben. Oh, ne, wei. Durch den Busch, durch den Busch. Oh, nein. Das ist nicht meine Schuld. Oh, mein Gott. Ich hab... Oh, nein. Das gibt's nicht. Nein. Es ist mit, übrigens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, du Schwanz. Du Schwanzgesicht. Scheiße. Na komm, komm drunter mir. Komm, Vargas. Ah. Oh, okay, das OP. Oh, jetzt haut den weg, diesen Spaß. Ich komm nicht ran. Der hat es nicht verdient zu überleben. Entschuldigung, ich hab momentan... Ich brauch Schuhe. Felix, es braucht auch mal was einfahren. Boah, ja, dann mach mal hin, ey. Ich kann noch nix erfüllen. Ich hau da einfach drauf, wie ein bescheuerter. Du musst scha... Und ich hab mir gesagt, ich hab's durchmachen und dann dein... Ach, sag, bloß. Wieso hast du grad durchgehend dein Blauen-Schuliken? Leck. Ich sag mir, wir scheiden, wenn den Gang braucht. Das kann ich nämlich denken, endlich. Ich kann das auch denken gehen. Toll. Das kann wir alle uns gegenwürdig sind. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Hö, 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 hö. Das ist ein Geizte, weil er seine Dreck und man. Felix, er ist der allergeilste. Ja, den Namen ist. Das muss doch einziehen. Er heißt Trönder mehr und ist damit schon mal das... Geizte in die Video auf dem Feld. Ich will Gas. Ach, achso. Achso. Also Dreck sociedade. ALAX à à Füßüüüü!